Achso, du fährst bei jessen hier, ne? Wenn man jedes Mal neu einstellen muss, glaub ich schon. So, ist das richtig? Zack. Das ist ja echt geil. Ja. Los geht's. Was hab ich, ähm... 2x FPS-Anzeige sehe ich gerade. Ah, das sieht man nicht. Das sieht man nicht. Gut. Wo war ich stehen geblieben? Ah, ich muss eben. Hm. Hm. Wo ist denn der Shed geblieben? Hm. Egal. Ähm... Optionen. Musik auf einmal leiser. Ja. Ja, so geht's ja. 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 Das ist meine Aufgabe. Notizblock. Ich hab was Neues. Ich hab was Neues. Nein, die wollte ich doch gar nicht. Ich bin so kacki. Das ist meine Waffe. Das ist meine Waffe. Das ist meine Waffe. Ach, da mach ich. Nee, das will ich jetzt nicht. Das will ich. Da ist meine Waffe. Ja, ich bin. Ich bin so kacki in die Waffe. Ich hab das alles zu machen, ist gut. Joll. Ich hab das jetzt mal. Ich hab das. Spannungsgelieferant. Die Waffe ist ganz schlimm. Wie mache das? Ich hab die Waffe. Okay. Ruckelt. Das Tüllchen ist doch richtig gut. Keine Ahnung. Geht hin Hause. Hier gibt's nichts zu sehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Geht hin Hause. Was gibt's denn da? Geht hin. Geht hin. Geht hin. Geht hin. Geht hin. Lass uns in die Handeln, die sind zu sehen. Die Pistole ist doch gut. Boah, die ist super die Waffe. Oh, ich habe eine neue Karre. Oh, ist denn hier neu? Die Spalten wir doch mal, ne? Wo müssen wir hin? Boah, hier oben. Freifahrer. Boah, Leute, könnt ihr hier mal Frieden machen? Boah, Leute. Boah, Leute. Boah, Leute. Boah, Leute. Boah, Leute. Boah, Leute. Geht weg, ihr Hühner. Los! So, dann fahr mal. Mädchen weg da, weg da, man rennt doch nicht auf der Straße rum. Ich dachte, er würde auf mich schießen. Ja, du mich auch. So, dann fahr mal. Wie fährst du denn? Ist aber weit. Schon, äh, schon weit. Hier war ich noch nicht. Mogen, Mogen, hier auch. Die, die sich immer gleich die Waffen schnappen, find ich gut. Oh, ist das weit. Oh, shit. Oh, shit. Das wäre doch mal was. Oh, hey. Find ich gut aufs Weg, dann. Oh, shit. Oh, shit. Tschüss. Wie geht es? So, wie geht es? Oh, oh, oh. ich mich alle vier jahren und ist nie los heute sind überhaupt wie fast hier eine kiste ist hier 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 warum rennst du weg bist du korrupt oder nicht ganz schön knapp wir können noch nicht zusammen integrieren interagieren funktioniert eigentlich noch nicht bis Los geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 und hier kann ich den jan mein gott dann habe ich hier aber schlechtes gebissen los oder hoch ja black beauty ganz so durch ich bin ich zu früh hier komme ich ja noch nicht hin und fährt hinten sieht so aus ich glaub zu warum hilft denn mein koko mehr nicht muss ich das verstehen ich bin eigentlich jetzt auch hier bin ich ich könnte doch hier einfach eine schnelle reise machen du ja du nachteil von der waffel gift schaden panzer endlich habe ich bauen so ich bin eigentlich Das ist super alt hier erstmal. Ich nehme mir immer noch das alte Aussehen an, oder was? Na tut sich nix. Ich habe keinen Schießpuls, oder? Ich habe keinen Schießpuls, oder? ... ... Wo kann ich nochmal sehen? Ich fühlge dich ab und dann. haben wir jetzt aber kein bock drauf nehme ich jetzt aber nicht wenn wir laufen wir sind hier im gebiet wo ich mir noch nicht auskennen hier war ich noch nicht dann muss ich hin flugverbotszone ist es eine Höhle gibt es da was was ist denn das hier sind zu früh hier ne hier ist noch nichts waffen kann man hoch jetzt weiter da sehe ich nichts kann man da laufen weg hier sein können und 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 der ball hat er eigentlich wieder vielleicht muss er später gehen ok ja 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 aber es ruckelt glaube ich nicht mehr obwohl doch vorhin hatte ich einen kleinen ruckler wenn man hier nochmal haben sollte dann muss ich auch los und wieder runter schrauben oh Warum rennt der da? Mein Affizier. Wenn alle vier Leute. Nur die killen, die spawnen da eh wieder, hast du recht, die spawnen da eh wieder. Die spawnen da, bitte. Und dann glaube ich hier. Ich soll den Panzerübungsplatz. Da fällt mir was auf. Da 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 da. Ja, wer sagt das? Wer bedankt mich denn da? Ja. Ja, ich geh doch. Ja. , wer kommt hier? Sie endlich Leine! Oh, sorry! Gut. 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 ja noch mal da habe ich ja nicht gleich dass du wegkommt dass du wegkommst jetzt geht es mit dir hier noch große presse leute ein bisschen freundlich ich bin ich bin du kannst hier rumlaufen muss das einfache volk auch ab und zu mal unter druck das geht eben nicht anders so viel Beifahrer? Was? Was? Ist hier gar keiner. Ja, was denn? Was für dich denn? Was für dich denn? Was für dich denn? Nein, nein. Ist hinter den Zaun, den kann ich nicht killen. Bin und fange ich das nochmal neu an. Was für dich denn? 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 die sind doch wieder um ja 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 Oh. Das ist ein Alarm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nur einer? Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. 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 ok Was ist das? weh die doch nicht danke Ja. Oh, das ist gut. Was ist da? 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 Der ist aber auch unübersichtlich. Was ist da? 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 Das hat gerade war der funkgerät gehört da ist der gefehls hat wo der hat aber schon doch mehr sterben kann ich nicht 2 2 3 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 5 5 hat mich denn gesehen? so lange das so war es aber ich glaube ist nicht wirklich hier Rang 7 ok ich bin zu früh hier ich bin zu früh alles da da bin ich Rang 7 egal nein ich bin zu früh gut in in weg ab 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 Macht schon Spaß. Okay, ich muss mein Auto zurück. Wird mit wohl oben sein. Nehme ich schon mal an. Kann man hier durchfahren? Das ist oben. Hier kommt ein anderes Mal hin. Mein Auto ist weg. Das ist nicht mein Auto. Ach, ich laufe. Hallo, grüße. Weil hier unten reagiert die so. Ne, das kann ich so. Hey, hier lang. Die Armee bezahlt echt mies. Hier findest du die Vorräte. Dankeschön. 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 Hier ist es gefährlich. Dankeschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So einen Panzer muss ich jetzt nicht haben. Also erst nehme ich mit, was ich mitnehmen kann. Nee, ich habe genug Aufgaben. So einen Panzer muss ich mitnehmen. So einen Panzer. Weiter mit nachzuholen, was, was, was? Ah, ich hole den auch noch. Die Guerrieros, da können Unterstützung brauchen. Ein Ingenieur. Vielleicht versuche ich mal die Tiere zu befreien. Oh, das ist ein Panzer. Ja! 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 Ihr wollt mich nicht wirklich als Feind haben. Hm, das war's. Ja! Ha, 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 ha! Ja! Ja, das war's. Ha, ha, ha! Oh, noch ne Waffe. Danke, Anke. Ja! So, das haben wir angenommen. Hm. Oh. Ja. Ja, natürlich. Natürlich bleibst du hängen. Ist ja auch kein Platz zum Wenden. Nein. Nein. Ach, das ist ein Zivilist. Sorry. Ah, wie fährt das Ding denn? Ah, wie fährt das Ding denn? – Bis zum Stunden, doinavía! Wie, w Protein? Ja. Und zwar an. Oh, das kann nicht ernst nehmen sie zu. Ach, das ¡z petits! Puh, dass ihr midden kann? Ja! coding funktioniert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, come on. Okay. Es kommt. Das war's. Darny, feindliche Verstärkung ist auf dem Weg zu dir. Oh ja, es fehlt noch. Darny, feindliche Verstärkung ist auf dem Weg zu dir. Darny, feindliche Verstärkung ist auf dem Weg zu dir. Darny, feindliche Verstärkung ist auf dem Weg zu dir. Darny, feindliche Verstärkung ist auf dem Weg zu dir. Darny, feindliche Verstärkung ist auf dem Weg zu dir. Darny, feindliche Verstärkung ist auf dem Weg zu dir. Ich hab's noch nicht eingenommen. Was ist hier? Ich hab's noch nicht eingenommen. Darny, da sind Panzer auf dem Weg zu dir. So ist. So ist. Wieso hängt der denn? Darny, da ist ein Panzer. Darny, feindliche Verstärkung ist auf dem Weg zu dir. Ich hab's noch nicht eingenommen. Oh, ich hab ein Panzer wieder. So. So, was muss ich jetzt machen? Oh, Karte. Notizen. Noch was wieder dazu bekommen. Okay, ich hab die vorhin noch nicht erobert. So. 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 weiter 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 wieso heilt er sich nicht? das dauert ewig in drei tage pass auf dich auf danni die schickung ist in meine richtung gewummt hast du denn rein wir werden hier die schichte Achtung, Soldaten rücken auf der Straße in deine Richtung vor. Kann ich den reparieren? Nee, im Panzer Comunion. Achtung! der pfanzer kommt ja nicht schön ja 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 damit könnte ich den noch erledigen 2 aber hier soll ich jetzt zwei panzerblatt machen müsste ich habe noch ein paar Das war's. Das war's. Das war's. Mein Gott! Mein Gott! Ich weiß, dass du hier bist. Was glaubst du, was ich all kann? Ja, hab ich eingenommen. Bum, bum. Erobernd. Ich weiß, dass du hier bist. Hier was zu bekommen. No. Nein. Könnte ich die mal... Auch das... Oh, warte mal hier. Auch mal das? Auch mal das? Obwohl ich den... Ich hab... Ich hab... Jetzt hab ich endlich mal meine Wappe. Jawohl. Das brauch ich nicht. Kann ich die noch aufrusten. Ich hab... Damit renn ich ja meistens rum und sagt die Udo noch früh... Ja, eben noch Teppel. Hallöchen! Okay. Ich bin gerade hier am rumtrödeln, haben wir gedacht, da kann ich ruhig noch Teppel gehen, der ist ja noch online. Waffe nicht richtig? Ich geh mal wieder auf TeamSpeak. Nicht mehr. Jo. Boah, jetzt bin ich da. Du hast ihn gerade. Discord war ich noch mit drauf. Ach so. Ich hab grad mit dem New World ein bisschen geklatscht. Die. Watt du ich copy? Was copy? Ach irgendwie hab ich mich angestuft. So. Ich hab, äh, gerade was ist das denn? ich habe eine wachbehörde scheiße aber geil aus kaum schaden da hat mich die liga-mechanik getrollt da kommen ja dann einen positiven und negativen effekt auf die sachen drauf die waffe schön physikal damage schön viel physikal damage war auch schön und dann liest du noch den negativen effekt nägel werden mit standard druck verschossen und ist das denn was habe ich denn hier angereichertes waffenhändler nie umgebaut habe ich doch gar nicht dabei im pro 8 das ist meine ich habe mich doch gar nicht dabei 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 ich habe so viel angereichert so waren im waffen wir haben wo finde ich die jetzt dort fahrzeuge ich habe das fahrzeug dazu bekommen ich habe jetzt die ich habe jetzt einen Ich habe so sehr nichts wie ein Humble gekriegt. Natürlich nehme ich das. Natürlich ist es auch wohl ausgerüstet. Ich kenne noch was, was ist das denn hier? Ich kenne noch was. Ich kenne noch oft Gegner mit einen Kopfschutz. Ich kenne noch was. Ich kenne noch was. Ich habe echt Bock auf einen Kaffee. Ja, ich muss gleich mal einen machen. Ich komme hier aber nicht weg. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich komme jetzt hier nicht weg. Nee, zu dir komme ich nicht. Du hast nur eine Mission. Hallo und oder was hast du? Was weißt du? Wir haben eine Flugabwehranlage gefunden, Dani. Es wäre eine Schande, wenn damit was schlimm. Was passieren würde? Ich habe sie auf deiner Karte markiert. Danke sehr. Flugabwehr. Ja, die nehmen wir doch mit. Karte Wormes. Ja, die laufen wir doch mal. Pumors, wir gehen. Bera Kitte. Du bist schnell drauf, zumindest teacher. J tempted euch, ich hab etwas anderes, ich werde dich immer in der Nähe nehmen. Heerter habe ich bereit Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, komm hier hoch. Was ich da umquaren? Kann ich mir berg nicht hoch. Ja, das ist mein Krokodil. Halt ja voll. Ach, hier kann man auch hoch. Ja, das ist mein Krokodil. Ich muss gerade Panzer ausschalten. Das war ein bisschen knüppig. Sonst bin ich kein Panzer aus. Womit fütterst du dieses verdammte Vieh? Hm, womit ich mein Viehfütter mit deinem Kopf zum Beispiel. Wie weiter. Ciao. Hm, hm, hm. Hahaha hast du denn ein problem leute gegen durch die karte nicht silber das machst du nicht oder was ja es geht es heißt eine militärische luftlieferung war erkannt die lade kalender wurde abgefangen vielleicht ist ja was nützliches für uns dabei sehr nett von der schatz suche nur ich kann so ist mein krokodil am boden und davon die mein krokodil ich glaube es ja gut vor allem was machst du dir ja 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 Das war's für heute. dann nur als rache weil er mein krokodil umgebracht hat gehen ich war hier mit dem schreck durch die elbe mit dem wort durch die gegend leute schreibe ich jetzt alle an ist mit denen los ein stein wird dagegen ach du scheiße das ist aber eine große barsche hier warum habe ich heute nuchballon gefressen gemacht mein spiel rukelt nicht mehr bei 2k der vorher hatte auch 1080 auf zwei grad geruckelt und dann habe ich zwei tage hier auf 1080p gespielt da holt der nix also nicht mehr da gehört bei obs verstellt und seitdem ruflte nicht mehr also vorher da auch nicht bei 80 p geruckelt aber seit ich da verstellter punkte nicht mehr sagt also an obs ich bin getroffen Jetzt habe ich mein Krokodil gefressen. Ich bin getroffen. Und jetzt? Ist dran vorbeigelaufen. Oh, ich habe den Krokodil gekriegt. Oh. Oh, sie duft ab, ja. Oh, sie duft ab, ja. Ich brauche was mit PS. Jetzt fährt er mein Krokodil um. Da, dein Auto. Kümmer dich nicht um den Kratzer. Hey, danke. Stimm mir dich nicht um den Kratzer. Oh. 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 so leute bin ich da das ist das ist das ist alles klar Hier ist nichts. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Nein. Das war's für heute. 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 Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das geht? Das geht? Das ist ja geil Ja, ich kann Du kannst jetzt nicht Unter Videos Auf mein Video jetzt zugreifen Das heißt, ich könnte jetzt Auch mal andere Musik spielen Obwohl, dann wird es nachher gelöscht Ich habe auch keinen Bock drauf Achso, was habe ich jetzt am Knete? Oh, das ist 500 Was kannst du mir sagen? Die Armee hat auf einer unserer Versorgungsrouten einen Kontrollpunkt errichtet Kannst du ihn erobern? Das wäre echt eine große Hilfe Dankeschön, Dankeschön Dankeschön Und ist das hier? Das ist das Ja 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 das ja 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 Apewik ein mosc jemand hola was auch passiert macht Carlos nicht blüten der Welt nicht nur der kann auch weißen Abläufe für die Redner Köln bestätigt. Team zur Übergabe losschicken. Bleibt gemacht. Sind auf dem Weg. Eine Sonderlieferung? Nur für mich? Oh, wie nett. Oh, wie nett. Oh, wie nett. Oh, was eine Kacke. Oh, wie nett. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das soll ich da auch hinkommen. Wie soll ich das machen? Hau dir den Schiff ab. 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 denn was muss ich laufen rechte nicht schön Schau, 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 schau. Du hast das für mich? Ein paar Bauern waren bei uns im Lager, weil die Armee eine Flugabwehranlage auf ihrem Land gebaut hat. Ich hab sie dir auf der Karte markiert. Du willst zur Guerilla? Ich bin nicht mit Hand. 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 Scheiße, scheiße. Gah! Gah! Noh! Boah, das Ding ist echt! Danke! Boah, die Gesicht! Hier? 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 Wie? Hier? 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 Okay. Vielen Dank. Du versteckst dich nicht. 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 Und ein Sniper hier. Kaffeekocher. Kaffeekocher. Am snipen ist Kaffeekocher. Kann ich eine neue Arbeit suchen. Im Bereich der Toten. Du versteckst dich nicht. Du versteckst dich nicht. Du versteckst dich nicht. Wir sind alle zusammen. Du entkommst mir nicht! Jetzt taucht gar nichts der Sniper! Ach komm! 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 Ach! gut die hallen kannst vergessen oh okay dazu bekommen so ein sniper mich verschlechtert weil ich da gemacht hat man dann auch das der schlimm besser macht keinen schaden Ich mach mal wieder. Okay. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020